ja hallo willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Test of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Nivellheim hier durchquert und den ersten Boss erledigt und ich habe ehrlich gesagt gerade das Warpdingen aktiviert und suche es gerade. Ich habe gerade gesehen wo es ist, aber irgendwie habe ich Probleme es zu finden. Ich glaube es ist hier. Oder? Irgendwo rechts war es. Rechts unten oder oben. Also muss der hier sein. Glaub ich. Da. Okay. So, aber lieber ein Mediziner Macher gehen. Ähm, wir dürfen ja keine Zeit verlieren wegen dem Seelenfeuer. Ähm, wen nehme ich denn jetzt? Wir haben ja wieder eine 5, wir haben ja wieder 5 Ebenen abgeschlossen. Also nehme ich mal jetzt Kompil an Kampf. Mach mal. Dann mal los. Ergegner erledigt. Jetzt kommt eine 5 Ebenen. Wer oder was kommt jetzt? Verwendung des Menüs verbieten. Ja, ich habe ja jetzt meine Gruppe ausgewählt. Und anscheinend kommt kein Boss. Okay. Also nicht nach 5 Ebenen. Was auch immer. Na gut, dann nicht. Ich habe es gedacht. Ich glaube ich tue mal einige heilige Tränke benutzen. Für solche Räume. Weil die gehen mir auf den Nerven. Naja. Ich habe so möglicherweise schon mein Dream Team hier für den nächsten Boss eingestellt. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich wieder die Möglichkeit haben. Ach ja, ich kann ja nicht. Ich kann ja keine heiligen Tränke benutzen. Jetzt übrigens auch ein Seelenfeuer, so eine Fackel, über den Weg gelaufen. Wo ich das Dungeon hätte verlassen können. So eine große grüne Flamme. Aber habe ich natürlich nicht gemacht. So. Und oben rechts muss ich ehrlich gesagt nicht lang. Ich habe ich auch bei einem Kreis. Ähm. Ja. War nicht ein bisschen komisch. Weil als ich nein gesagt habe, konnte ich ja auch nicht mal ansprechen. Ich konnte es ansprechen. Aber da bekam ich nicht mehr die Wahl, das Ding zu verlassen. Da heißt entweder man webt, da ob man es verlassen möchte. Oder man bleibt da. Nein. Nein. Ja genau das ist das nervige, wenn hier Gegner rumlaufen. Deswegen habe ich ja immer erst die Gegner fällig gemacht in den roten Ebenen, nachdem ich die ganzen Fackeln erledigt habe. Äh. Was? Wenn ich die Feinde erledigt habe, habe ich die Fackeln erledigt. Wie fackeln lange zu nachdem ich alle Fackeln erledigt habe. Ich glaube, ich wollte gerade Grind Cross einsetzen. Aber egal. Hm. Das kann jetzt ein bisschen sarkastisch-aggressiv, glaube ich, ne? Egal. Aber ich habe eine Menge Seelenfeuer. Hoffentlich kriege ich irgendwie eine richtig fette Belohnung. Ich habe Ende voll viel ab oder so. Dann vorübergehend erhöht. So. Dann schon verlassen. Ja. Jetzt habe ich jetzt wieder ansprechen und nichts passiert. Also entweder ich verlasse es oder nicht. Also nur einmal überlegen geht. Dann nie mehr. Nee mehr. Außer beim nächsten Ding. Versteht sich. Okay. Ich hätte gerne einen Ausgang. Die viel wieder. Also bis jetzt habe ich nur positive Effekte gehabt. Finde ich gut. Vielleicht gibt es auch noch positive Effekte. Nächster Ausgang, Gott sei Dank. Weiter geht's. Guckt ihr jetzt ein Boss? Oh. Bist du nicht? Magneos, genau. Verdammtes Pack. Sie halten sich für ganz schlau. Beruhige dich, Magneos, Vorsistus. Wie soll ich ruhig bleiben? Diese verflixte Pack aus Sneeveline hat uns eingesperrt. Darum sag ich halt. Du sollst dich beruhigen. Wir können nicht in der Unterwelt bleiben. Ja. Und die habe ich auch irgendwie erwartet. Ja. Bleib ruhig. Wir haben unsere Mission erfüllt und das Siegel verstärkt. Jetzt wird Fürst Yggdrasil im Anführer der fünf Großfürsten bestimmt. Aber vorher müssen wir ja weg. Natürlich. Darum wissen wir. Was hat eine minderwertige... Was hat eine minderwertige Kreatur hier zu suchen? Vielleicht ist das ja eine Illusion, die wir von den Dämonenfürsten erschaffen wurden. Was? Was macht denn die fünf Großfürsten hier? Das sind doch nur drei. Wir haben sie doch besiegt. Sie scheinen sich nicht an uns zu erinnern. Das war eine laute Illusion. Los, schalten wir dieses Pack aus. Das sollte für Ruhe sorgen. Gut gesagt. Sie greifen an. Was ist los? Machen wir hier fertig. Schattenversichtssorps, Pronyma und Magnidos. So, ich hoffe, jetzt ohne... Da wird schon einer zaubern. Das habe ich genau gesehen. Du kommst hier. Ah, ah. Kriegst du das mal den hier ab? Ah, verdammt. Jetzt habe ich ja die verkackten Sachen daran. So, nächster oder nächster. Warum gehst du? Das ist auch nicht auf ihn. Was? Ach, die hat sich dahin teleportiert. Was ist denn da? Okay. Aber du noch. Was auch der Stärkste, ne? Oder auch nicht. Okay, der Dicke mit der Axt, der ist natürlich der Stärkste. Oh, läpplich haben. Wird gar nicht gestunt von meinen Angriffenwatzung. Das ist das nicht für den Mario-Geräten von Imbach. Und der macht mich fällig. Hilfe. Ja, das danke. Das brauche ich gerade. Oh, warum nur auf mich? Da sind noch ganz viele andere. So, ich wollte schon sagen, einen angetriffst ist doch was dann. Ach so, die hat sich schon wieder tippen. Nein, doch nicht immer auf mich, Mann. Mal, komm, die ganzen Zauber auf. Das ist ja so. So konzentrieren die anderen sich nicht, glaube ich. Ja, der kann man schon wieder besser. Besser als den ganzen Gegner hier wegzupegeln. Ich hab' und man geht, aber egal. Entscheidend nicht. Vielleicht bin ich aber der einzige, der ihre Probleme hat, kann es sein. Boah. Das gibt's auch nicht. Wolfreich. Boah. Ey, ich komm' nicht an sie heran. Weil ich mich glaube, mal los. Oder auch nicht. Ja, das spielt sehr gut. Da, ich komm' mich dazu. Wie sie zu stunnen? Na, warte, ich hab' gleich mein Dings voll. Was machst du dann? Jetzt bist du mal mit Abition passieren, was? Ich schätze mal ein bisschen stärker ein als euch. Noch mehr. So. Jetzt auf alle drei Bams. Oder auf mich. Ja, ich hab' gerade minimal Probleme auch. Ich bin minimal tot. Die Leute ist gleich zum Dingens, zum Overlimit. So, waren wir euch nochmal die Teufelswaffen weggerüstet? Oh Mann. Die ist gleich tot. Ey, ich mach' keinen Scheiß hier. Äh, mach' schon mal ein Kaffee. Ja, du komm' her. Ich hab' stiller. Boah, es macht keinen Scheiß hier. Ja, sehr gut. Du bist jetzt weg vom Fenster. Danke. Da haben wir das schon mal erledigt. Hei, 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 hei. Äh, hier oben. Mein Gott, wirklich lange. Meine Güte. Leute, was fragst du denn die ganze Zeit? Resurrection, sehr gut. Hei, na? Dsch. Äh, hier. Sehr gut. Sag mal irgendwie so auf die Dinger achten, ne? Wenn wir schafft es, die Leute die ganze Zeit zu fragen. Und ich auch. Ma! Oh mein Gott, jetzt gehen sie alle auf Raiden los. Ich glaube, Spinner. Aber Spinner. Wertkraftschub. Einer von uns oder einer von denen? Na, meine Güte, ey. Warum gehen ihnen jetzt alle auf sie los? Na, Salat. Wow. Weißer, bevor die eine da war, lief doch noch als richtig gut. Boah. Ich verstehe jetzt irgendwie nicht, was hier passiert ist. Weil wenn noch mehr Gegner kommen, dann kann ich nicht. So, jetzt gehen wir mal. Warum gehen die alle auf Raiden jetzt los? Hör auf damit. So ein Dreck. Wir schaffen ja nicht mal zu überleben. Boah, was ist hier los auf einmal? Wir machen uns beide fällig. Weil die beide auf einen. Die gehen beide immer auf einen. Ich kann doch nicht so viel, was wir sehen wollen. Wie viele Gegner kommen denn hier los? Sag mal. Ey. Was ist hier los auf einmal? Boah, lädt mich an. Ernsthaft, was ist hier auf einmal passiert? Ja, erkennt mich mal. Heilung. So. Das ist doch nicht mal. Das ist denn da auf einmal ja passiert. Wir hatten alles im Griff, als die eine noch am Leben war. Und dann... Ich weiß es nicht. Kommen die auf einmal zu zweit, immer auf einen Gegner los, und auf einmal... ...verrecken wir ohne Ende. Ich finde, was hier los ist auf einmal. Oh, Mann. Boah. Ernsthaft, wann ist hier auf einmal los? Warte mal, du kannst doch irgendwie was... Weiß ich nicht. Ist auch irgendwie eine Möglichkeit, hier nichts einzusetzen, oder? Mach mal Holy Song. Ich weiß nicht, bringt's da. Ich glaube nicht, egal. Irgendwie will Rain auch gar nicht mehr so, habe ich so das Gefühl. Ey, ich kann nicht mehr so viel Wasser als Lebenswürfe verlangen. Ja, hier links, hier auf sie nur, ist klar. Ernsthaft, als die Prognümer noch am Leben war, hatten wir einen Kampf voll unter Kontrolle. Komm, ist sie verreckt, äh... Kingen wir ohne Ende aufs Maul. Ich verstehe das nicht. Wenn ich's hier los auf einmal... Boah, Rain. Ey, das gibt's doch einfach nicht. Was soll der Scheiß? Mach Dingens hier, oder so. Nicht... Hier in den Zirkel, oder so. Ey, ist die eigentlich irre? Boah. Boah. Leute, ne? Du wirst jetzt nicht schon wieder verrecken. So einfach nicht. Das ist ja auf einmal passiert. Ich verstehe nicht. Boah, ich glaub, ich tu doch wieder die Top-Betraffung aus. Das gibt's doch nicht. Aber die kann man auch hier so ausrüsten, ne? Boah. Boah, meinst aber ist ja... Ich geh'n ja schon wieder auf Rain, ey. Ey, Leute hat... Beide irgendwie vorhin aufgehalten. Und dann ist Pro Nyma gestorben. Und dann... War man nicht mehr, oder wie? Das geht in meinen Kopf nicht rein. es hat echt ein rätsel dass jetzt ja alles passieren konnte jetzt ist jetzt die situation schon wieder beruhigt aber trotzdem so und jetzt bevor ich wieder hier missbauer judgment a grand cross genau ja sehr gut ich aufbühre einigen können sagen du bist jetzt froh es wird zwar nicht nix kraftschub ist trotzdem tot meine güte was ist hier passiert da ist nur der gibt es doch einfach nicht am anfang voll schillig ist sie weg und die beiden meine frau die randale ich verstehe nicht wir haben so viel wasser ist lebens und so verbraucht das ist ja die ganze zeit war eigentlich wasser ist leben zu kämpfen ich habe da ich glaube ich drauf gehaftet sehr gut ein vernünftiges ich weiß man kann die sachen auch abstellen aber trotzdem weil sie nicht war ich nicht so gerne außer die dafür nicht was neues zu lernen also der helle haupte ein das war die blase aber wir sollen nicht ich kenne die blase hallo jetzt deine achts ist stark als meine oder lang zu dann kriege ich noch edles granulat nach so einem kampf was sind nicht echt diese erinnerung stammt von denen die uns versiegelt haben jamada wurde mit dem sie in dieser welt gemeißelt sie sind jetzt eure feinde der feind meines feindes bleibt trotzdem ein feind vorsicht wenn sie das wenn sie die wahrheit sagen wurden die dämonen fürst von ictrasil versiegelt damit ictrasil also auch erscheinen das ist durchaus möglich natürlich vielmehr eine illusion von ihm wissen also nicht wie stark er ist ja super das ist alles in ordnung ja gehen wir weiter bei mir nicht benutzen stimmt ja das war mal wieder ein kampf der ja sehr episch war aber auch sehr schwer so eine heilende abwechslung kollekt leuten uns auch mal vorgemacht sind ja oft genug hier so sachen wie ein heilen können baut warte ok nehme ich das 50 bokei oder quatsch und ok sondern direkt in die nächste ebene warum nicht ja 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 wenn uns nun ist verbieten keine einschränkung ja super bw hergestellt servus ja dann haben wir hier wieder so einen lustigen raum würde ich sagen in der nächsten folge gibt es dann ja vollständig geil sobald geht es dann wieder weiter ich mache hier die zehn milliarden kämpfe die ich machen muss und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play tessos zu von ja die kronische edition ich bedanke mich als ich bloß geschaut und sagen tschüss bis zur nächsten folge zur nächsten folge tschau